hi zusammen ganz viele haben mich noch mal gefragt ob ich denn so nett sein könnte und ein paar meiner übungen im fitnessstudio zeigen kann kann ich gerne machen ich habe euch heute mal mitgenommen allerdings ist es auch echt so ihr könnt diese übungen auch zu hause machen ich habe mir da ein paar woche rausgesucht kommt man mit anfangs ist immer wichtig dass du deine muskeln aufwärmst das heißt du gehst eine halbe stunde aufs cardio gerät das kann cross trainer, laufband, rad oder setter sein auf jeden fall wärme dich richtig auf das ist wichtig fürs krafttraining zu werden schon geht es weiter zu der ersten aber auch brutalen übung ist auch eine meiner lieblingsübungen und zwar ausfallschritte wenn du anfänger bist fang erst mit wenig gewicht an und steigere dich dann von mal zu mal entweder mit den einheiten oder steigere das gewicht nächste übung bauchmuskelübung auch eine meiner lieblingsübungen und sehr effektiv jetzt besonders ganz besonders für die ladies auch stiegungen vom feinsten damit wir auch zu den sommerbestens geworfen sind mit dem heizen und knackigen po nach getaner erfolgreicher arbeit Jetzt gehe ich jetzt noch in die Sauna. Jetzt bin ich ganz allein.